Oh, das war so eine Krupe. Haben wir hier noch irgendwas? Hab ich was wegtun, was ich nicht brauche? Hab ich irgendwas, was ich erstmal nicht brauche? Ich weiß gar nicht, Schlüssel brauch ich den noch? Ich glaub nicht, den kann ich eigentlich wegtun. Den brauch ich vielleicht später nochmal. Ne, den brauch ich gar nicht mehr. Oder? Niedrig behalte ich das auch, das lass ich auch mal dabei. Das würde ja eigentlich dann angezeigt werden, wenn ich nur mal den Schlüssel brauch. Okay, aber da ist noch irgendwas. Ist das der Skrupionsschlüssel, den ich da brauche? Kräentür, Schlangentür. Da steht nix von Skorpionentür. Okay. Ich nehm dann an, das heißt dann, ich brauche ihn erstmal nicht mehr. Wie der Schreck, wenn mein Handy angeht. Ich hab noch meine Nachricht bekommen. Ich geh aber nicht in mein Handy ran. Das hab ich gehabt. Wo waren das jetzt? Hier. Brennergriff. Waren das? Ich brauche das hier mit dem hier und dann habe ich hier Flammenwerfer. Ich brauche das hier mit dem hier. Das war's für heute. Das ist doch kaputt gemacht, wie ist es wiedergekommen? Jetzt ist es weg. Gut, aber dafür ist mein Treppstoff auch fast weg. Ja, da ist aufwärts, da ist eine Tür. Dann geben wir mal einen Keller. Ich glaub nämlich, hier war dann was, was ich brauche. Oh, wir haben noch eine Münze. Ist hier noch ein Wackelkopf? Ne, ich hab mich vertraut. Ah, Schattenwärfelding ist hier. Hi, was machst du denn hier? Ja, bin ich. Erzähl kein Mist mehr, Mia. Ich will antworten. Ich weiß. Ich weiß. Du hast recht. Und ich wollte es dir ja sagen. Aber ich kann mich nur an wen ich erinnern und der Rest ist einfach weg. Ja, eigentlich nicht. Ist okay. Steh da nicht nur so rum. Tu etwas! Hätte ich jetzt weniger vor. Ich hatte jetzt höchstens vor abzuhauen, aber das Spiel lässt mich das irgendwie nicht tun. Ich hab so keinerlei Interesse, Mia zu retten. Ich mag Mia nicht. Oh. War noch irgendwas, was wir brauchen? Nö. Warte, 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 warte. Ich höre es doch. Ist das hier dazwischen? Ja. Oh. Okay. Hab ich es doch gehört! Reichen 25, weiß ich nicht. Reichen anscheinend. Ja komm, der mit! So geht nicht. Was mache ich damit? Brennkraftstoff. Ja komm, mach mal Brennstoff. Und hier? Machen wir Medizin, damit einfach der Platz frei ist. Und Medizin kann man ja immer gebrauchen. Ey! Wieso? Lass mich durch! Ich hab's denn im Mund. Was soll denn das? Achso, hä? Ich hab's nur nachgefüllt. Muni, wo bist du? Hey, nicht da. Lass deine Schlüpper hier noch am Tisch liegen. Das ist ja echt... Das können auch Gardine sein, keine Ahnung. Irgendwas komisch gepunktet ist. Uh, ich brauch das Schattenspiel etwa. Ah, hier war ich noch nicht. Ah ne, doch hier war ich. Aber da bin ich nicht durchgegangen, weil da diese Zücher sind. Bremsstoff, Bremsstoff, nice. Bremsstoff, Bremsstoff, nice. Hey, Pflanzen, nehm ich doch mit. Oh, da Kräuter. Mach schön Medizin draus. An dem Fluss ging's ja auch noch irgendwo weiter, glaub ich. Aber da komm ich, glaub ich, noch gar nicht weiter. Das war nicht hier. Hier geht's tatsächlich erst mal weiter. Auf den Docks war ja auch noch was mit Spinnenweben. Ich glaub ich hab... Funktioniert das? Gleicher Trick? Wenn er mich auf die andere Seite stellen soll. Mit Mutti hatte ich jetzt echt nicht gerechnet. Ich glaub ich sollte doch rübergehen. Ich brauch ja noch die Kurbel. Die ist ja dann für drüben. So, wo ist er jetzt? Ist er noch da drüben drinnen? Ich kann sie hören. Ah, guck mal. Chemie. Oder ist er da drüben drinnen? Wo steckt die Alte? Wo steckt die Alte? Wo steckt die Alte? Ist er da heiß oder nicht? Ich glaub sie ist erst mal weg. Ah, jetzt. Was? Bei sowas hab ich immer Angst, dass mich dann auch einer rücklinks wieder rauszieht. Mist, 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 Mist! Ah, dann können wir hier stehen. Hier legt ein Tausendfüßler. Fürs Lola. Ah, scheiße! Nee, krabbel, krabbel, krabbel. Die Viecher können ja unter anderem auch sehr giftig sein. Die Tausendfüßler. Äh, Hundertfüßler sind's. Das sind die anderen. Das sind ja zwei verschiedene Sorte. Was muss die jetzt hier hinten? Ich weiß es gar nicht. Festbrennstoff? Nice, nehme ich gerne. Ja, hier brauchen wir dann die Kurbel. Die haben wir nicht. Da ist der Gang nach runter. Ah, da geh ich erst mal noch nicht hin. Ich muss ja, glaub ich, erst mal hier... Ja, das ist Creme. 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 Oh, Chemie kann ich die mitnehmen? Ah, stell mir den her. Wir haben... Brennstoff! Ja, komm. Kann ich den nur mitnehmen. Ja, den haben wir nicht. Passiert das jetzt? Weiß ich nicht. Ne, ich kann jetzt erst noch mal hier langlaufen. Wo ist der Hund da? Hier unten war dieses komische Gerät, was Mia schon gefunden hat. Brrr. Ja, bück dich. Danke. Haben wir hier noch was? Ähm... Blau der Schuhe. Wenn ganz schön viele Leute Schuhe verloren haben. Ich nehme dann doch mal das Zeug, das fortkommt. Na da! Was zeigt die Dinger auch an? Ah, schau mal, der hat Platz voll! Oh nein, ich hab jetzt zweimal Medizin. Was machst du, Joden? Ich krieg dich! Ich krieg dich, ich krieg dich! Ich hab dich! War noch irgendwo ein Fliegepiegel? Sollten wir vielleicht mal Medizin nehmen? Wir haben ja ja noch! Achso, das ist jetzt wieder eingesteckt. Ja. Das ist, glaube ich, der schnellste Weg ist, wenn ich hier lang gehe. Dann weiß ich jetzt halt nicht genau. Ich glaube, ich muss... Hier? Das bringt mir halt alles nichts. Festplattenstoff lasse ich erstmal da. Weil ich hab jetzt einfach keinen Platz dafür. Jetzt läuft die hier lang. Kommt die hier rein? Da ist der Keller, da komm ich nicht rein. Ich muss da oben lang. Jetzt weiß ich auch nicht. Kommt die hier runter? Oder geht die woanders da längs? Was? Den hast du gesehen? Mich nicht? Und jetzt hier rein? Das ist ja dahinne raus. Aber da muss ich ja hin. Da geht's so längs. Muss ich einfach nur hier lernen. Was? Aha. Was? Aha. Bleib stehen, ich krieg dich... Wenn ihr näher kommt, trefft euch. Oh ja, haut gegen die Pfosten, okay. Habe ich nicht getroffen? Seitdem hast du gekriegt. Ich glaub schon. Ne, doch nicht. Ich glaub schon. Ne, doch nicht. Wer nervt mich. Ich treffe euch doch nie im Leben mit der Pistole oder so. So richtig. Wo ist dein anderer Kollege? Ne, den hab ich anscheinend schon getroffen. Oh Gott. Kurbel. Ne, mit danke. Okay. Die antike Münze, wenn ihr mitnehmen? Muss ich auch wieder irgendwas... Ich glaub, das den brauch ich nicht mehr. Oder ich sag... Den nehm ich jetzt? Dann kann ich den hier nehmen. Cremenschlüssel. Soll ich vielleicht mal meinen ganzen Shit... ...in die eine Kiste bringen. Jetzt muss ich aber gucken, wo die Kiste ist. Ich weiß nicht. Kurbel brauch ich, glaub ich, nicht mehr. Boah! Ne, das wollte ich nicht. Wollte nicht zu Mutti. Ich wollte eigentlich zu dem Raum mit der Kiste. War der hier? Da hab ich halt von der anderen Seite in den Rücken oder so. Oh. Ja gut, wir gehen einfach mal da durch. Aber ich glaub, da war nicht der richtige Weg. Ne, dann kommen wir da vorne wieder rum. Hey, wo war denn der Raum mit den... Warte mal, ich war richtig. Kollege, zurückwärts. Ich war richtig... Ich muss durch die doppelschwingigen Tür der durch. Ich hoffe, die ist nicht mehr da. Ich kann doch nicht hier nehmen. Ich guck mal, wenn der Kopf nicht dreht. Was war da? Da kann ich ein bisschen Stapfen in die Truhe tun. Da war das... Ja, da ist das Speicherding. Ist doch hier auch irgendwo... Ach, da nehmen wir das große grüne Ding. Da kann man... Münzen rüber. Medizin bisschen was rüber. Wobei... Ich will doch eher den Dietrich... Medizin wieder mitnehmen. Böge für dich. Wir halten ein... Bu kennt nicht immer. Das war's Tablet. 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 Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017